Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank. Und schreibt, wie gesagt, gerne nochmal in die Kommentare, bei jetzt spielen, welche, also mit wem ich spielen soll und halt gegen wen ich spielen soll. Schreibt jetzt in die Kommentare, wer dich im ersten Spiel punkten, ja oder nein. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt in die Becke gleich. Becke, okay. Und in meinem Kanal werde ich nicht nur Eishockey sehen. Sondern auch eher Madden, NBA und so. Weil ich mag eher amerikanischen Sport. Also halt in meinen Let's Play Videos, da seht ihr halt so NBA, Madden, MLB. Oder andere Sportarten. Spiele. Ja, warum werde ich denn jetzt gecheckt? Schreibt jetzt in die Kommentare, wer dich den Kampf gewinnt, ja oder nein. Ja. Ich habe ihn gewonnen. Ja, ich habe ihn gewonnen. Oh Mann ey. Warum, 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 warum sind wir so dumm, dumm, dumm. Missed. Und schreibt gerne in die Kommentare, auch wenn ich schon gemacht habe, ob ich mir nochmal ein eigenes Team erstellen soll und dann mal mit dem spielen soll. Oh, jetzt kommt die Sprügel. Der hat Kopfschmerzen. Oder eine Gehirnerschütterung. Und jetzt auch noch eine Unterzahl. Ich wollte mich veräppeln. Und jetzt kommt die Sprügel. Und jetzt kommt die Sprügel. Und jetzt kommt die Sprügel. Bitte kein Tor, bitte kein Tor. Oh, ich stehe da schon 2-1. Ups. Gar nicht mitbekommen, dass ich hier vier. Äh. Trotzdem schon ein Tor geschossen haben. Weg mit dir. O Gott. ich habe gar nicht gemacht gar nicht gar nicht wirklich ich habe gar nicht gemacht nur eine bier getrunken jetzt schießen doch mal ein rein ja ja geil ja die stimmen sich selber im weg praktisch und das ist 3 zu 2 wach wie geht das wie geht das kann mir das bitte mal jemand in die kommentare schreiben nein das muss nicht mehr t in Schilling Strafe die Schilder so unfair strafen weh ein bein steck ich bin nur ein bisschen ich bin nur ein bisschen ich bin nur ein bisschen Er muss Strafzeit hier bekommen. Du gehst immer weg, gehst mal in die Seite. Warum einen schlecht gezielt haben? Ich kann keine Schwuchzträne machen, sie ist doch mal besser. Warum sie ist besser? Ich sprich nur mal 3 Meter hoch. Spiel doch! Ja genau, jetzt spielst du. Nachdem ich dir 6 mal gesagt habe, dass du spielen sollst. Nachdem ich mal wieder zueg! Gäde, Gäde! Warte! Lass mich weiter! Gäde, was du da? so ein angriff bin ich heute nicht so gut und jetzt um strafe gegen uns war ja wieder klar was hier denn im wenigstens auch zeit mehr von der uhr nicht die hierbei zwei zwei tore damit viel zu viel steht ich bin ich jetzt auch warum ein offensiver top konnte ich kann nix dafür wenn ich gecheckt werde so trainer bitte hey behinderung schiri ja 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 Was soll ich mal? Game Show is up and running. Text lines are open. Phone lines are open if you want to weigh in. James Cebulski with you till the top of the clock. Wow, 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 wow is all I can say about what I saw. In a very small sample size, I get that, but if that's what we're going to see from this youngster in his first preseason game, to look that comfortable, to look that noticeable out there, sign me up. This could be the sign of things to come. Very excited after seeing that performance. What say you? Phone lines are hopping already. So, das war's mit einem neuen Video von mir. Nicht vergessen zu abonnieren und bis bald. Ciao, ciao. 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 Ciao.